Ey, no alcohol in public spaces. Five hundred dollars. Hours to keep clean. Ach so, das nicht wegen Kinderschutz, sondern wegen Sauberkeit. Das geht ab, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir Call of Duty spielen, wie ihr schon sehen könnt. Ist sehr geil. War sonst zwei, by the way. Voll, ja. Zum ersten Mal auf diesem Kanal. Neuig? Wichtig und richtig. Ich dachte vielleicht interessiert ein paar von euch, deswegen einfach so. Mein Bruder immer noch im Hintergrund. Wir spielten Roblox immer noch. Also, ähm, ich zock nicht seit langem. So, erst so ein paar Monate, so. Vielleicht Juli oder so, I don't know. Oh, das ist ein fast nicht Call of Duty-Spiel, also ich zock meistens seit Fortnite. Feier ich, wie der Charakter in der Lobby da zum Flugzeug geht. Ist sehr geil. Sorry, äh, falls ich ein paar Mal huste bin und erkältet, deswegen. Nutzt diese Zeit zum Üben. Wir werden bald aufbrechen. Das sind dann gut am Hintergrund nicht. Boah. Verstanden. Vielleicht mir ein bisschen mummeln, ne? Das ist ja auch. Was denn? Ey, das, was auch hier anfeiere, ist, ähm, ja, ein Call of Duty-Spiel. Das ist ja echt der End, also nicht. Du kannst dich hier anschließen, so. Dann kannst dich auch töten und dann respawnst du. Und das ist das Geist. Das ist ein Flugzeug hier. So, dann kriegst du die Pistole überreicht. Du gehst nach vorne. Und dann sprichst du neben aus dem Flugzeug. Ja, fünf Sekunden, die Clip da unten. Wieder Auferstehung. Überlebe den Countdown, um einen Wiedereinstieg zu verdienen. Um sichere Abschütze, um den Heimat zu beschleunigen. Okay. Das ist nicht klar. Scharfschützen, du gehst. Let's see, was wir damit anrichten können. Uh, 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 uh. M4 wichtig und richtig. Ey, ich sag ehrlich. Call of Duty Box. Aber vielleicht nur das, weil ich in ein paar normalen Abis spiele. Also, ne, also, ich hab jetzt ja noch kein Ungewohntes. Gut, gut, gut mit Zahlenzer. Oh, Ausrüstungslieferung. Oh, Junge. Junge. What the? Hier ist einer. Ein Friedhof, gell? Oh, auf dem Friedhof, paar Fights. Eigene Sturmgewehr. Nein, also, immerhin mein eigenes Sturmgewehr, come on. Feindliche Drohne aktiv. Come on. Hey, no alcohol in public spaces. Five hundred dollars. Hours to keep clean. Ach so, das nicht wegen Kinderschutz, sondern wegen Sauberkeit. Ja, fühlig, fühlig, fühlig. Feinde landen im Einsatzgebiet. Äh. Yo. Na, der Gute ist eben, sag ich ehrlich. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ah, wir haben eh wieder beliebt. Also, come on. Uh. Das Boot, das Boot. Nein. Warte, da kann ich eher hinten, hinten drauf. Komm, 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 komm on. Ich kann's machen. Oh, nice, nice, nice. Das gab's auch mehr. Ich geh auf, halt. Ich geh auf, halt, 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 halt. Junge, ich werde auch abgeballert von überall, meni, jungen. Ich komme jetzt in seinem Fenster vor. Ah. Ah, hab ich gerade mit einem HP überlebt. Ich spüre schon wieder auf. Wie die enemy auf mich drauf. Ja, wusste ich's. Ah, nice, we killed. Wisch ihn richtig, wichtig, richtig. Oh, nette Rachen da hat er. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ist sie gut? Na, hat uns so ein Boot wie der M4, gell? Oh. Oh. Hier sehen wir ein perfektes Beispiel davon. Dass ich einen von 30 Milliarden Schüssen nur getroffen habe. Oh, 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 oh. Schnell hoch, schnell, schnell hoch, schnell hoch. Das Gas breitet sich aus. Das ist ein enemy. Auf der Kirche, äh, auf der Kirche. Knock, knock. Oh, wie ich das hab. Alle Weglasern mit meinem Aim-Bot, gell? Wisch denn wirklich? 25 sind im Einsatzgebiet aktiv. Oh, geil, 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 gekriegt. Oh, ich hab' nur eine Panzerplatte. Oh, eine Papaplatte. Ist die Panzerplatte? Ich hab' aber nicht. Markiere, Feind! Junge. Ich nehm' doch nur Sieblein, Jungen. Muss nicht direkt komplett 100% Aim-Bot aktivieren. Feindliche Drohung ist laut. Jungen, 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 Jungen. Was ist geiler? Neue Sicherheitszonen, identifiziert. Das wäre alles gebraucht, Hamon. Weniger als 10 standen noch. Der Feind hat uns geschlagen. Aber wir konnten uns beenden es. Oh, so, uns sind nach Latsers, sehr, sehr, sehr geil. Okay, GG, das war's mit dem Video, das gerne Lachen, wo du das nicht zum Ende geschaut hast. Ey, wenn ihr ja irgendwas in Fortnite an mir schon geschenkt haben möchtet, schreibt das Wort Warzone in die Kommentare, okay? Dann, ich kann euch helfen und dann euch ruhig was schenken, okay? Ciao! Und irgendwann werden wir uns wieder sehen, wie der war, hören, I don't know. Ey, wann ich irgendwann mal ein Video lachen, okay? Ciao!